Sura 77 Al-Mursalat Die Windstöße Offenbart zu Mekka 50 Ayat Im Namen Allahs des Al-Erbarmers des Barmherzigen Bei den Windstößen, die einander folgen, und bei den Stürmen, die durcheinander wirbeln, und bei den Engeln, die stets die Wolken verbreiten und zwischen Gut und Böse unterscheiden und die Ermahnung überall hinabtragen, um zu entschuldigen oder zu warnen. Wahrlich, was euch verheißen wird, wird bestimmt in Erfüllung gehen. Denn wenn die Sterne verlöschen und der Himmel sich öffnet und wenn die Berge hinweg geblasen sind und die Gesandten zu ihrer vorbestimmten Zeit gebracht werden, für welchen Tag sind diese Geschehnisse aufgeschoben worden? Für den Tag der Entscheidung. Und wie kannst du wissen, was der Tag der Entscheidung ist? Wehe an jenem Tag den Leugnern. Haben wir nicht die früheren vernichtet, als dann ihnen die späteren folgen lassen? So verfahren wir mit den Schuldigen. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Schufen wir euch nicht aus einer verächtlichen Flüssigkeit, die wir dann an eine geschützte Bleibe brachten, für eine bestimmte Fügung? So setzten wir das Maß fest. Wie trefflich ist unsere Bemessung? Wir sind lieb. Wir sind lieb. Vielen Dank.